Erstmal vielen Dank, dass so viele von euch mich unterstützen möchten. Der Patreon-Kanal befindet sich jetzt unter jedem Video unten in der Beschreibungsbox. Ich habe auch ein neues Format für euch ausgedacht und zwar die Prüfungsanalyse. Falls mal ein Fahrstuhler die Prüfung nicht bestanden haben sollte, gehe ich die Prüfung nochmal systematisch durch und erkläre euch, welche Punkte zum nicht bestehenden Prüfung geführt haben, damit dir so etwas deiner Prüfung nicht passiert. Bis zum nächsten Mal.